Löhne und Sürme und blöde Sieg, das sind alles Schimpfwörter, nicht nur beim Mann im Vater, auch in Bern auf der Strasse. Wir möchten, dass sich das ändert, dass es respektvoller, angenehmer für alle geht. Darum macht mit bei dieser Kampagne, nehmt Rücksicht auf die anderen. Merci vielmals. Vertrauensprinzip im Verkehr kommt eine sehr hohe Bedeutung zu. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich auf die anderen verlassen und wissen, dass sie sich korrekt überhalten. Clever unterwegs, nur nichts sprengt und immer Rücksicht aufeinander nehmen. So kommen wir alle schnell, sicher und zufrieden an unser Team. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017